30 Jahre Hannover Leasing Hannover Leasing, Grüß Gott! Ich bin stolz darauf, an dieser Erfolgsgeschichte die Hälfte der Zeit mitgewirkt zu haben. Also wenn ich draußen am Markt bin, dann merke ich einfach, man kennt unser Haus. Und das ist eben vertrieblich gesehen auch unser Erfolgsgeheimnis. Die Leute wollen unsere Produkte einfach gerne kaufen, weil wir die lange Erfahrung haben. Ich finde das für einen Mittelständler eine sehr, sehr gute Entwicklung, wenn man sieht, wie sie entstanden ist aus wenigen Mitarbeitern und wie sie jetzt dasteht. Wir haben extrem viel Know-how, wir haben ein tolles Produkt. Das Produkt Geschlossene Fonds ist eines der solidesten, seriösesten und ich glaube verlässlichsten Anlageprodukte, was man Investoren in der heutigen Zeit bieten kann. Die Produkte in meinem Bereich teilen sich durch Innovationskraft, Kreativität und vor allem Nachhaltigkeit sowohl für unsere Partner auf der Assetseite als auch für die Investoren aus. Ich glaube Nachhaltigkeit ist das Thema, sprich Rendite, Sicherheit, Stabilität über einen langfristigen Zeitraum, was wir unseren Investoren bieten müssen und bieten wollen. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz, hier in diesem Unternehmen arbeiten zu können. Es war nicht immer einfach in den letzten Jahren sicherlich, aber da hat sich dann doch gezeigt, dass ein solider Anbieter wie Hannover Leasing sich weiterhin am Markt gut beweisen kann. Was meines Erachtens die Produkte der Hannover Leasing auszeichnet ist, die Hannover Leasing hat sich klar positioniert für sicherheitsorientierte langfristige Sachwertanlagen, wo der Anleger einen stabilen, nachhaltigen, sicheren Cashflow für einen langen Zeitraum hat und am Ende ein Asset in einem vernünftigen Markt, das werthaltig ist. 30 Jahre Hannover Leasing bedeutet über 60.000 zufriedene Kunden. Wir wollen auch in der Zukunft sichere und attraktive Produkte für unsere Kunden anbieten. Wir sind in der Projektleitung zuständig für den hauptsächlichen Einkauf von neuen Immobilien, die Fondkonzeption, abschließende Verträge, bis es eben dann zum fertigen Fondprodukt wird, wie eben unser neuestes Produkt hier von Holland Plag 8. Geschlossene Fonds sind ein Geschäftsbereich, Fahrzeugflottenleasing ein weiterer. Die HL-Tochter Hannover Leasing Automotive profitiert dabei von den gewachsenen Geschäftsbeziehungen der Muttergesellschaft. Firmen, bei denen die Hannover Leasing bereits lange im Geschäft ist, sind für uns Türöffner, die uns weiterempfehlen. Unsere Stärke liegt darin, dass wir neben einer guten Finanzleasingrate ihm einen nahezu grenzenlosen Service bieten. Das Thema geht nicht, gibt es nicht. Das ist, was der Dienstleister als Überschrift tragen sollte. Neben dem Unternehmerischen spielt bei Hannover Leasing das Menschliche schon immer eine besondere Rolle. Immer wieder, immer neugierig bleiben, immer neugierig bleiben, immer neue Dinge entwickeln, immer schauen, wo was geht. Das, was für mich das Schönste war, das war eigentlich die kollegiale, kameradschaftliche Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Hannover Leasing ist ein kreatives und sehr flexibles Unternehmen. Es gibt einen Spirit, den würde ich so sehen. Das Menschliche ist hier sehr, sehr viel mehr gegeben, wie in anderen Unternehmen. Also wir arbeiten hier als großes Team zusammen, sowohl im Vertrieb als auch in der Konzeption und ich glaube, das spürt man einfach draußen auch am Markt. Es ist eine tolle Gemeinschaft. Wenn Sie so wollen, sind wir eine ganz große Familie. Aber 30 Jahre ist schon eine ordentliche Zeit für ein Unternehmen und ich hoffe, dass mindestens noch 100 gute Jahre folgen. Auf eine gute, gemeinsame Zukunft.